Herzlich willkommen zur virtuellen Pressekonferenz von Holstein Kiel vor unserem Heimspiel gegen Heidenheim. Anpfiff ist am Samstag um 13.30 Uhr. Aktuell haben wir ungefähr 9.500 Karten verkauft. Es gibt eine Tageskasse ab 11.30 Uhr wie bekanntermaßen hinter der Ost. Und auf dem Podium begrüße ich unseren Cheftrainer Marcel Rapp. Marcel, erst mal mit einem Blick wieder aufs Personal. Wer wird dir denn neben den Langzeitverletzten fehlen? Ja, hallo in die Runde. Tom Däne fällt aus, hat sich der Corona-Verdacht bestätigt. Ansonsten erfreuliche Nachricht. Stefan Teska, Jonas Sterner sind zurück nach dem Infekt. Finn Porat, Josh Mees und Fiete Abt sind auch wieder im Training. Inwieweit sie Optionen sind für den Kader, müssen wir nochmal schauen, wie sie das Training verkraften. Auch wie lange sie spielen können, ob sie schon für 90 bereit sind oder für Kurzeinsätze, muss man schauen. Aber erfreulicherweise sind sie wieder auf dem Trainingsplatz und es sieht alles sehr gut aus. Ja, danke Marcel. Dann starten wir jetzt mit den Fragen der Kollegen von der Presse und starten mit Andreas Geidel, bitte. Hörst du mich, Marcel? Ja. Hallo, guten Tag. Bei der Aufzählung eben, Marco Comenda ist ja auch wieder fit, dann habe ich jetzt auch eine Liste nochmal drauf. Der ist noch draußen, der hat immer noch Wadenprobleme, der fällt weiterhin aus. Ja, dann direkt rüber zu Stefan Flom, bitte. Ja, moin in die Runde. Ja, ein Punkt fehlt noch, um absolut sicher zu sein, wie groß ist der Hunger, wie groß ist die Hoffnung, diesen Punkt dann am Samstag tatsächlich einzusammeln? Ja, sehr groß. Also die Hoffnung oder die Aufgabe ist, dass wir drei Punkte holen wollen natürlich. Ich glaube, es geht einfach auch wieder darum, eine gute Spielleistung auf den Platz zu bringen. Ich glaube, da waren wir in Dresden auf jeden Fall ordentlich dabei. Ich glaube, da war ein Punkt, wenn wir ehrlich sind, ein Ticken zu wenig. Trotzdem haben wir uns über den Punkt gefreut, weil wir Dresden auf die Standskalten haben. Aber noch mehr gefreut haben wir uns, glaube ich, aufgrund der Personalsituation, aufgrund der Kurzfristigkeit, was da alles passiert ist, dass wir eine ordentliche Leistung auf den Platz bekommen haben. Und jetzt sind wir wieder eine Woche weiter, wieder eine Woche mehr im Training. Und jetzt kommt Heidenheim, ein anderer Gegner. Aber trotzdem sind wir voller Zuversicht, dass wir drei Punkte holen. Ja, dann direkt rüber zu Björn Glock, bitte. Ja, hallo. Erstmal in die Runde. Du hast es gerade erwähnt, jetzt kommt Heidenheim, und zählt sicherlich zu einem, wenn nicht zu den, zu der ekligsten Mannschaft in der zweiten Liga. Mal ganz direkt die Frage, wie eklig müsst ihr, wie eklig muss da mit Shaquille sein? Und eklig jetzt gar nicht gemeint als unfair. Ja, nee, also ich glaube, Heidenheim ist schwierig zu bespielen. Ich glaube, im Hinspiel haben wir es gesehen. Ich glaube, im Hinspiel sind wir aus meiner Sicht unter Wert geschlagen worden, mit dem Sonntagsschuss kurz vor Schluss. Wo wir, glaube ich, auch nach dem frühen Rückstand ordentlich im Spiel waren, wo wir gerade in der zweiten Halbzeit eine gute Spieldominanz hatten und dann mit diesem Sonntagsschuss, in Anführungszeichen, dann ohne Punkte dastanden. Ich glaube, da haben wir schon mal was gut zu machen. Eklig sein, in Anführungszeichen, müssen wir das mal weiterhin defensiv so gut arbeiten, wie in den letzten zwei Spielen. Dass wir offensiv im Spiel mit dem Ball, in Dresden hat man da gute Ansätze. Da haben wir auch weiterhin Luft nach oben. Das wird gegen Heidenheim ein Faktor werden. Ich glaube, Heidenheim war jetzt im letzten Spiel nicht ganz so gut drauf gegen Aue. Aber auch da wird wahrscheinlich eine andere Mannschaft auf dem Platz stehen, wie letzte Woche. Aber wie gesagt, wir wollen da die drei Punkte in Kiel behalten und werden alles daran setzen. Ja, die nächste Frage dann bitte von Marc Kramhoft. Moin in die Runde, Moin Herr Rapp. Auch eine Frage zu den jeweiligen Tabellenkonstellationen. Haben Sie jetzt tatsächlich noch unruhige Nächte, wenn Sie in den Rückspiegel schauen und andersrum gefragt? Heidenheim, ich glaube, nach letzter Woche kann man sagen, realistischerweise geht nach oben auch nichts mehr. Erwarten Sie da jetzt ein befreit aufspielendes Team oder könnten da eventuell sogar zwei, drei Prozentpunkte fehlen, was Sie wiederum nutzen könnten? Das weiß ich gar nicht, ob da Prozentpunkte fehlen. Auch bei uns ist es so, natürlich haben wir immer die Tabellensituation im Blick, aber das habe ich, glaube ich, schon in anderen Pressekonferenzen erwähnt. Es macht ja gar keinen Sinn, darüber zu reden. Wir brauchen jetzt noch neun Punkte, wir brauchen jetzt noch drei Punkte oder unterm Strich geht es darum, wie man das Spiel gewinnt. Das ist das Entscheidende. Und so sind wir die ganze Zeit es angegangen. Da habe ich ja auch immer gesagt, wir wussten um die Situation. Jetzt geht es darum, einfach eine gute Spieleleistung auf den Platz zu bringen, zu überlegen, welche Spieler stellen wir auf, wie kriegt man die Spieler eine optimale Verfassung. Und dann ergibt sich das andere von allein. Und jetzt sind wir in der komfortablen Situation, dass wir quasi neun Punkte Vorsprung haben, aber dass wir trotzdem wissen, dass wir rechnerisch noch absteigen können. Aber wie gesagt, es macht keinen Sinn, darüber zu reden. Es macht nur Sinn, darüber sich gelangt zu machen, wie man eine gute Mannschaft aufs Feld bringt und wie die optimal vorbereitet ist. Ja, und damit schließen wir die erste Fragerunde mit Finn Riebesel. Moin Herr Rapp, ich hoffe, Sie können mich hören. Super. Letzter Sieg gegen Heidenheim war ja am 16.03.2018, ein bisschen her. Kann man sagen, dass Heidenheim so ein bisschen der Angstgegner der Kieler ist? Naja, könnte man meinen, wenn man das jetzt so hört, ist es schon eine Weile her. Trotzdem glaube ich von meinem Hinspiel nah dran, einen Punkt zu holen, vielleicht sogar zu gewinnen, eher einen Punkt zu holen. Und jetzt geht es halt darum, mal den Bock umzustoßen. Aber auch da ist es so, wie in der Frage davor, es geht darum, einfach eine gute Leistung aufs Feld zu bringen. Und wenn man eine gute Leistung bringt, dann ist die Chance relativ hoch, dass wir das Spiel gewinnen. Wenn man keine gute Leistung bringt gegen Heidenheim, dann wird es relativ schwer, einen Sieg einzufahren. Ja, dann bitte ich bei weiteren Fragen jetzt um das virtuelle Handzeichen. Wenn denn noch Fragen sind. Ja, Andreas Geidel. Marcel, jetzt hast du gesagt, es kommen zwar einige zurück. Manche Spieler könnten sogar eine Option für den Kader sein oder sogar schon für den Einsatz. Dennoch bleibt ja eine ganze Latte von Spielern, die noch ausfallen. Hast du so eine misere Schrägstrich-Seuche schon mal erlebt in deinem Spieler- bzw. Trainerleben? Ja, also ich bin ja jetzt schon eine Weile Trainer. Auch wenn ich jetzt noch nicht so lange Profitrainer bin. Aber das gab es im Jugendfußball auch manchmal, dass einige Spieler ausfallen. Ich glaube, es ist halt einfach so, wir überlegen ja auch, warum, weshalb, wieso ist das so. Und zum Schluss muss man einfach sagen, es sind einfach ganz, ganz viele Verletzungen, wo jetzt nicht an der Trainingssteuerung liegt oder so, sondern es sind einfach irgendwie wie Hauke Wal, ein Infekt, kann man nichts machen. Wenn einer einen Schlag abkriegt oder wie bei Fiete Arp, so ein Brechschlag, das ist halt einfach schwierig, das zu verhindern. Aber die Situation ist, wie sie ist. Wir müssen gucken, dass die Jungs auf den Platz kommen. Die kommen jetzt peu a peu zurück. Jetzt gilt es halt auch darum, ein Stück weit die nicht zu verheizen. So ein Stück weit wie bei Marco Comenda war es dann so. Das wissen wir alle. Der ist dann einfach viel zu früh, musste der wieder spielen. Aber das war halt alternativlos. Der hat seine Sache mehr als ordentlich gemacht. Aber so ein normaler Trainingsaufbau, und das sind wir uns auch bewusst, sieht anders da aus. Und deswegen ist der Marco auch öfters mal wieder so mit kleineren Blessuren einfach raus. Aber er stellt sich da einen Dienst der Sache oder hat sich einen Dienst der Sache gestellt. Da sind wir ihm total dankbar drüber. Das ist für ihn gar keine Frage. Aber das sind dann auch die Begründungen, warum jetzt auch Marco Comenda mal öfters mal ausfällt. Aber so ist die Situation gewesen. Jetzt müssen wir gucken, dass die Jungs aufs Feld zurückkommen, dass wir die gut aufbauen. Und dann bin ich mir auch sicher, dass wir nicht mehr so viele Ausfälle haben werden. Ja, gibt es weitere Fragen an Marcel? Dann bitte ich um das virtuelle Handzeichen. Ja, Björn Glock dann als Nächster. Ja, dann schließe ich einfach noch eine Personalfrage an. Weißt du dann schon, wie du es im Sturm angehen wirst? Wenn ich ehrlich bin, weiß ich es noch nicht ganz genau. Es ist ja immer mehr oder weniger so die gleichen Optionen. Jetzt haben wir mit Stevie gespielt. Mein Jonas Sterner war ein bisschen erkrankt. Der ist jetzt wieder gesund. Der könnte eine Option sein. Benni Pichler ist auf der Bank, dass wir auch mit zwei Spitzen spielen können. Ich glaube, das habe ich ja jetzt schon öfters auch mal in der Presse gelesen, dass das auch eine Option ist, wo ihr euch vorstellen könnt. Also da sind wir, glaube ich, breit aufgestellt. Da müssen wir einfach noch mal so gucken, welche Gedanken gehen wir noch mal durch den Kopf. Und dann lassen wir uns mal überraschen, was am Wochenende dann, wie wir uns entscheiden. Ja, die nächste Frage dann von Andreas Geidel, bitte. Statistiken sind ja nun da, um widerlegt zu werden. Das ist ja bekannt. Aber trotzdem ist auffällig, dass Heidenheim verbindet man mit einer stabilen Mannschaft. Aber dass die auswärts erst 13 Tore geschossen haben, also schlechter ist nur Aue in der Torbilanz. Das überrascht doch ein bisschen, wenn man da drauf schaut, nicht jedenfalls. Hat das irgendeinen Aussagekraft bezüglich deiner Strategie oder ist das eine Zahl, die eben da ist und sonst nichts? Ja, das ist eine Zahl, die eben da ist. Ich glaube, es geht ja so ein bisschen darum, oder so gehe ich die Sache an, so was macht Heidenheim, was macht die aus, was ist ihre Idee, wie könnte die Idee auf uns passen, so was haben wir dann vor dagegen, dass wir da irgendwie, welche Räume können wir bespielen, was müssen wir machen gegen den Ball, um da einen guten Zugriff zu haben, wo sind sie gefährlich. Aber so mit der Zahl kann ich jetzt echt nichts anfangen. Es geht eher um andere Sachen und ich glaube, da treffen wir auf eine Mannschaft, die sehr zweikampfstark ist, die viele Eins-gegen-eins-Duelle sucht, gerade in der Defensive, die sich darüber auch definiert, die sehr kopfballstark ist, die sehr viele Fernschüsse macht. Es ist, glaube ich, auch ein bisschen ungewöhnlich, dass eine Mannschaft so oft aufs Tor schießt, aus der Distanz. Wird dann auch manchmal belohnt, wie im Hinspiel. Aber es ist dann auch nicht immer unbedingt ein Zufall, weil sie das wirklich auch öfters mal so drin haben, aus der Distanz aufs Tor zu schießen. Ich glaube, das sind eher die Dinge, wo ich einen Fokus drauf habe und nicht auf die Statistik, ob die jetzt auswärts mehr Tore schießen wie daheim oder mehr bekommen wie daheim. Ja, gibt es weitere Fragen? Dann bitte ich nochmal um das virtuelle Handzeichen. Das scheint nicht mehr der Fall zu sein. Dann danke ich für die Teilnahme an der virtuellen Pressekonferenz und wünsche unsere Tschüße aus dem Holsteinstadion. Tschüss. Tschüss.